Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Ich hoffe ihr habt euch alle starkes Equipment eingepackt, denn heute werden wir ein bisschen Schleppfischen gehen. Und dafür empfiehlt er sich gewöhnlicherweise ein bisschen größer ausgestattet zu sein mit dem Equipment. Das ist für gewöhnlich so. Was auch für gewöhnlich so ist, ist dass man beim Schleppfischen grundsätzlich erstmal entscheiden muss, möchte man jetzt auf einem festen Abschnitt fahren, zum Beispiel hier bei 55 Metern immer rauf und runter, oder möchte man sich frei im gesamten Bereich bewegen. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel so gewesen, wir haben uns bei 120 Meter an die Startposition begeben und sind einfach erstmal losgefahren in verschiedene Richtungen an verschiedenen Bereichen vorbei, um dann später wieder zu einer Position zurückzukehren, die für uns gut lief. So, um das schon mal vorwegzunehmen. Das heißt, wir werden immer wieder so ein bisschen Bewegung drin haben. Das Setup bleibt dabei auch nicht komplett gleich, sondern wir sind gestartet mit einer Filet-Jig-Montage mit Beifängern. Haben also erstmal sehr großes Filet, ein Riesenfilet vom Köhler präsentiert, mit Beifängern in Form von Natural Squids. Wir haben jetzt hier die Mega-Raptor 6.0 überall drauf und dann in all ihrer Pracht die bestehend gut fangenden Natural Squids. Hier 23.03 in Rot, 23.02 in Weiß und 23.01 in Fluoreszierend. Das Ganze farblich hier mit Perlen ein bisschen angepasst, immer ein bisschen mit Fluoro gearbeitet für die bessere Sichtbarkeit. Man weiß ja nie, was es am Ende bringt. Und ja, das war so im Grunde genommen erstmal das, wovon der Stand ist, ausgehen darf. Und was hier noch dazu gekommen ist, das ist am Anfang, wie gesagt, anders gewesen. Wir hatten andere Montage, wir sind auf Pilk gewechselt später. Großes Equipment, 205 zu 181. Wir kennen es. Der Krieger-Fisch-Hunter hier als gute funktionierende Version. Ich weiß nicht, warum immer noch dieser Grafik-Bug hier ist. Normalerweise sieht das halt irgendwie nicht so aus. Weiß nicht, vielleicht hat der Hai auch schon ein Stück rausgebissen. Kein Mensch weiß es. Tristar-Haken 6.0 ist drauf. Wir haben hier grünen Firestick und Natural Squid in grün. Entsprechende Sink-Schwierigkeiten haben wir. Deswegen auch nur 40 Meter. Reicht ja auch normalerweise aus, wenn man so ein bisschen trollen geht. Und ein großes Filet vom Köhler. So, das ist erstmal das ganze Setup jetzt hier. Wie gesagt, lasst euch nicht irritieren. Am Anfang sieht es einen Ticken anders aus. Aber die Köder, die gefangen haben, waren maßgeblich hier mit dabei. So, das vorweggeschickt. Wir gucken uns jetzt mal an, wie das Ganze gelaufen ist. Eine Sache möchte ich euch vorweg sagen. Trollen am Nordmeer ist nichts für schwache Nerven. Das heißt, wenn ihr nicht das Gefühl habt, ihr kennt einen Spot. Oder wenn ihr nicht das Gefühl habt, ihr seid auf dem richtigen Kurs. Und ihr fahrt und fahrt und fahrt. Entweder ihr habt so viel Geduld mit dabei, dass es irgendwann klappt. Oder ihr resigniert und schickt euch zurück in den Hafen. Ich hoffe natürlich, dass ihr am Ball bleibt. Und ich hoffe auch, dass ihr einen guten Spot findet. Für uns war das hier heute mal wieder so ein Wurf ins kalte Wasser. Wir haben uns das angeschaut. Ich habe bewusst Köder rausgesucht, die normalerweise gut fangen. Eben weil ich wusste, dass das nicht einfach werden würde. Wie einfach oder nicht einfach es nun tatsächlich war, schaut euch am besten selber an. Gebt mir gerne ein Feedback in den Kommentaren dazu, was ihr davon haltet. Wie es für euch so wäre. Was ihr so davon haltet von dem Ergebnis am Ende und und und. Auf jeden Fall jetzt erstmal viel Spaß bei der Zusammenfassung und Film ab. So, sehr schön. Alle Mann an Deck. Alle Mann an Deck. Es geht los. Willkommen, willkommen. Lassen wir es doch mal runter, würde ich sagen. Beziehungsweise erstmal weit raus. Oh wow. Weit raus ist hier relativ. Ich laufe dann erstmal hier nach vorne, damit ich 45 Meter ran kriege. So, jetzt. Okay, jetzt lassen wir das Ganze mal runter. Hakengrößen auf 6,0. Ich habe mich mal bewusst für ein bisschen kleiner entschieden. Mal gucken, wie viel Köhler uns heute reingeht. Die Route ist nicht fest geplant. Irgendwas zwischen, ich fahre südwärts und dann nordwärts hoch. Ja. Irgendwie so wird es wahrscheinlich laufen. Dann vielleicht so eine L-Form. So eine umgekehrte L-Form. Hoch, runter, zurück. Hoch, runter, zurück. Irgendwie sowas wird es vermutlich werden. Ich denke mal, in der Geschwindigkeit, in der wir unterwegs sind, schaffen wir vielleicht 2L. Erstmal gucken, was vor allem hier geht. Ich hoffe, dass wir ein paar schöne Bisse reinkriegen. Natürlich. Neun Grad und Wolkenbehangen sind gemeldet. Ja. Erstmal gemütlich, ne? So Leute, ich rechne mit allem und mit nichts heute, ne? Ihr wisst Bescheid. Es ist angedacht, gemütlich hier auf 45 Metern einfach mal eine ruhige Kugel zu schieben. Nichts großartig zu erwarten und dennoch bereit zu sein für das Schlimmste. Sind wir mal ehrlich, das Setup ist wirklich dafür ausgelegt, hier heute mal ein Monster an die Angel zu kriegen. Die Frage ist, ob das Monster kommt. Ne? Also. Starkes Pilken. Ich habe mich für ein paar Standardköder entschieden in den Beifängern. Einfach Dinge, die normalerweise immer ganz gut fangen. Rot, fluoreszierend und grün. Und da haben wir auch schon den ersten Kandidaten an der Angel. Sieh mal an. Sieh mal an. Was haben wir denn da jetzt schon? Aha. Aha. Da bin ich ja jetzt gespannt. 35 Meter vor uns. Weh, du schlitzt aus. Ja, ich rechne mit viel Kühle auf jeden Fall. Das kann ich vorne wegnehmen. Trotzdem war der Einstieg relativ interessant und stabil. Schau mal. Wir gucken mal rein. Womit fangen wir denn an? Oh, okay. Das ist interessant. Ist nicht richtig riesig, aber... Ist ein Schwertfisch mit 10 Kilo, after all. Also, ja. Dankeschön. Das fängt stabil an, würde ich sagen. Auf was bist denn du gegangen, mein Freund? Du hast dich gemeldet auf den roten Squid. Na also. Sehr schön, joa. Das, äh, nenne ich einen soliden Einstieg. Da macht es doch Spaß, hier unterwegs zu sein. Kann man gern so weiter handhaben. Oh, direkt bis? Wow. Alter, was ist hier los? Wow. Freunde. Ich war noch gar nicht mental bereit dafür. Was ist denn hier am Start, Mann? Ich, Alter. Ich habe hier gerade einfach nur runtergelassen. Ich dachte mir so, so, die nächsten drei Minuten. Mal gucken, was passiert. Nix da. Direkt bis. Okay. Habe ich zur Kenntnis genommen. Uh, der wackelt gut. Ich brauche noch einen Kaffee. Alter, ich habe Schwitzefinger jetzt schon. Ey, ich bin noch keine fünf Minuten hier am Start, weißt du? Und schon Schwitzefinger. Geil. Da ist Fettfingern mal absolut vorprogrammiert jetzt gerade wieder. Aber zum Glück sind es nur 35 Meter. Und der Kollege hier scheint noch halbwegs, halbwegs sozial dabei zu sein. Also einen Köhler würde ich mal nicht rechnen. Und wenn, dann ist es sicherlich kein kleiner. Oh, der wackelt aber ganz gut ordentlich, ne? Trotzdem, so richtig kommt der nicht aus dem Quark, was ich gut finde. Das heißt, füge ich nach oben kurbeln und hoffentlich einen schönen Fisch dran. Aber das mit dem schönen Fisch setze ich gerade irgendwie voraus. Wenn ich Mittelwasser gehe und der Biss ist nicht gerade... Dann weiß ich, dass das nicht unbedingt ein Köhler sein muss, ne? In dem Fall sowieso nicht. Also, es kann eigentlich nur gut werden. Außer... Nein, ich nenne es jetzt nicht beim Namen Das Kind. Nein. Nein. Ich muss mir gleich erstmal die Hände irgendwie abtrocknen. Ich brauche ein Handtuch oder sowas. Ey. Ist ja nicht normal, was hier abgeht. So, 10 Meter noch. Was kommt denn da? Ich sehe nichts. Ist wieder wie so oft... Ey, dieses Hin und Her. Das ist doch normal Konga-verdächtig. Aber doch nicht auf der Tiefe, oder? Hä? Was zum Geier? Ach, schon wieder einer? Nein. Schon wieder ein Schwertfisch. Ey, wollt ihr mich veräppeln? Are you gonna veräppeln me? Guck mal, was da kommt. Hallo. Hallo. Ja, guten Tag. Machen wir mal 67 Kilo draus, ne? 10 reichen uns nicht. Ey, guckt euch mal den Kescher an, ey. Ich stehe hier keine 5 Minuten, Leute. Ist ja geil. Komm, hier. Keine Zeit verlieren, Leute. Direkt wieder das Ding rausballern. Los, auf geht's. Auf geht's. Und den Drilltimer natürlich resetten. Das werden wir heute vermutlich, hoffentlich mehrfach tun. Wow. Also, ich bin begeistert. So kann es ja schon auch anfangen, ne? Schön. So, übrigens für die, die es interessiert, so auf Höhe 120 Meter ist mir der eben reingegangen, ne? Ich wollte es nochmal gesagt haben. So, ich muss vor allem jetzt mal das Boot wieder ein bisschen auf Kurs bringen, ne? Wir sind ja komplett am A... Das Problem ist jetzt, äh, diese Motivation mittelfristig zu halten, ne? Das hat jetzt zweimal richtig gut geklappt. An sich ist das auch sicherlich schon ein gutes Stundenergebnis, will ich behaupten. Aber, Herrschaften, zwei Fische alleine machen noch keinen glücklichen Angler auf eine Stunde. Also, halten wir die Augen auf. So. Jetzt stellt sich eher so das Verhalten ein, was ich erwartet hatte. Nämlich, dass es doch schon ein bisschen länger dauert, bis da mal was geht. Aber das ist okay. Na, jetzt sind schon sieben Minuten vergangen. Also, die Zeit nimmt auch Fahrt auf, ne? Vielleicht war es das jetzt für heute auch schon. So nach dem Motto, hier, zwei Fische, jetzt geh wieder. Was mich gerade nochmal interessiert, tatsächlich, fällt mir jetzt gerade ein, wir haben auch gar nicht geguckt, auf was er hier gebissen hat. Er hat auf den fluoreszierenden Squid gebissen. Also, wir haben einmal Rot-Squid und einmal fluoreszierenden Squid. Was wir bisher noch nicht haben, ist unser... Unser... Ja. Unser Riesenfilet. Das hat noch nichts kassiert. Na, jetzt sind schon zehn Minuten rum. Siehste? Geht auch schnell wieder rum, die Zeit. Die Sache mit dem Nordmeertrolling ist ja die. Wir haben grundsätzlich eine Menge Potenzial, wo wir hinfahren können. Wir sind halt nicht unbedingt an einen Ort gefesselt. Wir könnten uns an einen Ort fesseln. Das würde aber bedeuten, dass wir ständig hier mit dem Boot wenden müssten. Was ich persönlich nicht so gerne tue. Ergo, lassen wir es einfach laufen. Und sehen, die unfassbare Vielzahl an Optionen oder auch Missoptionen, hier entsprechend Fische reinzukriegen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ich wäre am liebsten wieder hier mit Nelly 120 reingefahren und hätte mein Glück dort weiter versucht, weil wir ja dort auch die ersten beiden gekriegt haben. Jetzt fahre ich hier über 108 Meter und frage mich, was zum Geier ich hier soll. Bisher noch. Bisher noch. Das ist halt das Problem. Man sagt dir halt nicht vorher, ja, dann an der Ecke ist es gut, an der Ecke ist es schlecht. Am Ende bist du dann doch der Pionier wieder, der hier übers Nordmeer fährt und darauf hoffen muss, wirklich hoffen muss, dass hier irgendwas passiert. Okay, maßgeblich macht sich jetzt langsam in mir der Gedanke breit, doch vielleicht mal ein bisschen mehr in Richtung der Schwärme zu navigieren. Vieles sehe ich hier auf 20 Meter bis 30 Meter gerade. Na, also, wenn ich was sehe. Na, hier ist er auf 22 Meter. Das können auch natürlich Heringsschwärme oder sonstiges sein. Vielleicht Makrelen. Och. Da muss ich mal persönlich hier hinten hingehen. Was ist denn jetzt dran? Es könnte sein, wenn wir Glück haben, dass wir ein Kalmar dran haben, weil die ja auch auf die Squids gehen. Hm. Sehr merkwürdig. Aber ich fürchte, es ist schlimmer als das. Obwohl, nee, schlimmer ist es nicht. Zwei Kilo Steinkühler, das geht ja noch. Junge, 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 Junge. Was ist das denn, bitteschön? Was willst du denn hier? Und auf was bist du überhaupt gegangen? Auf den Squid? Ah, nee, ist klar. Also, wir können festhalten, die ersten... Vor einer Stunde war es super. Ne, der Rest ist acht und meine Güte. Schon wieder eine Makrele. Oh, hör auf. Ey, was wollt ihr alle von mir? Lasst doch meine Köder bitte in Frieden. Das gibt's ja gar nicht, Mann. Die können doch nicht die ganze Zeit hier meine Köder abfressen, die blöden Viecher. Ein Wittling mit 172 Gramm. Es wird immer besser. Ich geh jetzt einfach auf 25 Meter. Wenn alles auf 25 Meter rumdümpelt, mein Gott. Irgendwas wird schon dabei sein. Ich mein, Räuber gehen ja normalerweise auch Beutefischen nach, ne? Also dürfte man davon ausgehen, dass sie irgendwo da vielleicht auch unterwegs sind. Ja, Köder. Fünf Kilo. Doch so viel. Na gut. Die Frequenz wird nicht hoch sein, aber sie wird vielleicht über eine Stunde immer mal wieder ein, zwei brauchbare Fische einspülen. Das hoffe ich zumindest nach wie vor. Deswegen fahre ich hier noch. Aber das muss man sich klar machen. Das wird dauern. Dann ist immer die Frage, sind die Köder die richtigen? Ich persönlich bin der Meinung, ja. Daran sollte es nicht liegen. Hakengröße könnte man noch überarbeiten. Ich bin jetzt auf 6-0 unterwegs. Ich persönlich bin der Meinung, das könnte reichen. Also ich bin auch noch nicht fertig hier. Das sehe ich irgendwo nicht ein, jetzt frühzeitig hier die Flinte ins Korn zu werfen. Es ist anstrengend, ja. Aber es muss auch mal ein bisschen Einsatz erfolgen, ehe eine Belohnung kommt. Ich denke, ich bin so weit, dass ich zumindest sagen kann, auf 120 Metern habe ich mich so weit eingependelt. Auch wenn es nur daran lag, dass wir die ersten beiden großen Einstiege hier hatten. Aber dann will ich das bitte hier vertiefen. Oh, wir haben wieder was. Oh, wir haben was. Wir haben was, wir haben was, Leute. Es gibt wieder zu tun. Die 120 Meter, ey, sie haben wieder gegönnt. Oh mein Gott. Nach anderthalb Stunden, ey. Nach anderthalb Stunden gibt es wieder was. Ist ja geil. Endlich. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, es kommt nichts mehr. Ich habe gedacht, es kommt nichts mehr, Leute. Was für eine Wohltat. Einfach wieder was an der Angel. Danke, 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 danke. Passend zum Einbruch der Nacht, ne? Sind die Räuber wieder unterwegs. Ich glaube, wir haben Nummer 3 an der Angel, Leute. Dritter Schwertfisch scheint hier am Start zu sein. Dann komm mal nach oben, mein Freund. Du siehst ja gar nicht mal so klein aus, ne? Guck mal, dich müssen wir richtig aus der Oberfläche rausziehen hier. Schönes Ding. Dreht der noch mal bei. Dann holen wir dich mal ab, mein Freund. Noch mal 63 Kilo Schwertfisch hinterher. Ach, welch eine Wohltat nach dem ganzen Chaos hier, muss man ja wirklich sagen. Ich werde mal gerade das Boot einen Ticken beisteuern, dass wir hier auf 110 kommen und dann lasse ich es über Nacht mal kurz treiben und wir gehen mal auf Grund runter, bis das wieder etwas heller wird. Okay, Leute, wir machen kurz hier eine Parkpause. Ich schmeiße das Ding schon mal raus. Das braucht eh eine Weile, bis das unten ankommt und dann gucken wir uns das mal im Kescher an. Muss noch schnell den Drilltimer ausstellen und dann geht's los. So, also, Fisch Nummer 1 von der Stunde 40, Stunde 37, vier Minuten später waren es 67 und jetzt haben wir wieder 63. Also, Schwertfische haben wir drei Stück hier gezogen bisher in der Fangzeit von unter zwei Stunden. Ja, auf jeden Fall schon mal ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Jetzt so langsam kommt die Euphorie wieder. Es ist wieder ein bisschen, ein bisschen alles schöner. Aber das hat sich gezogen. Guckt euch bitte mal den Zwischenzeitraum an. Das demoralisiert halt massiv, wenn du die ganze Zeit irgendwelche Mini-Makrelen und Köhler reinkriegst. Auch wenn es jetzt wirklich sich gezogen hat, Geduld kann hier wirklich als Tugend auch belohnt werden, ne? Also, muss zwar nicht sein, aber wir haben in dem Fall echt Schwein gehabt einfach. Oh, gewöhnlicher Läng tatsächlich mit 5 Kilo. Auch eine schöne Überraschung mal. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Nachts auf 120 Metern auf den fluoreszierenden Squid. Sehr schön. Ja, das nehme ich gerne. Das nehme ich gerne. Das ist Balsam für das Anglerherz gerade. Ganz, ganz wichtig, dass wir das auf jeden Fall wieder hier auffüllen. So, guck mal, gibt es noch ein Kalmar? Nochmal ein Bonbon, bevor wir wieder losfahren hier. Schön. Nochmal 555 Gramm. Einfach nochmal fürs Auge ein bisschen was. Herrlich, Leute. Alles klar. Also, ja. Wir haben mal wieder geschleppt am Nordmeer. Das war ganz spannend. So was wie der Kollege. Ui, hui. Haben wir nicht rausgekriegt hier mit 150 Kilo Gottes Lachs. Leider muss ich fairerweise sagen. Aber wir haben dafür ein paar andere Varianten. Wir gucken erst mal hier kurz rein. Gibt es da irgendwas? Hm. Ja. Nö. Also, weiter. Zweieinhalb Stunden, Leute. Es war anstrengend. Wir gucken mal trotzdem auf die Preise rein. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, so mit den Preisen für unsere Schwertfische, jetzt muss ich tatsächlich sagen, hm, eigentlich ist das schon ziemlich gut dafür wieder gelaufen, ne? Für den ersten 854, für den zweiten 820, dann der Kleine nochmal mit 86. Der Unterschied ist klar erkennbar, ne? Ich mache das Sechsfache und du kriegst das Zehnfache. Okay. Längen hier nochmal mit 57, der Kalmar mit 35. Also, man kann sagen, wenn es auch anstrengend war und lang gedauert hat, im Prinzip auf die Zeit, die wir jetzt hier investiert haben, haben wir starke Fische rausgeholt. Ganz klare Sache, ne? Das geht so ungefähr hier bis zum Lump, ganz brauchbar mit über 10 Silber und danach noch ein bisschen Kleinkram. Es ist tatsächlich an sich effizient, aber es ist sehr entsprechend langatmig und anstrengend. Wir kommen auf 2070 Silber. Geteilt durch zweieinhalb Stunden sind wir eigentlich bei einem Stundenwert von 828. Das ist schon echt immens, muss man fairerweise sagen. Muss man wirklich sagen, war super. Die Nacht über am besten auf Grund runtergehen. So meine bisherige persönliche Empfehlung. Ich will es mir nicht geben, in der Nacht auf Mittelwasser zu pilken. Da habe ich tagsüber schon genug Stress. Aber wir haben auch gesehen, dass der eine Schwertfisch zum Abend reingegangen ist. Das heißt, wenn wir auch schon auf Grund runtergehen, dann am besten irgendwo nach 23 Uhr rum. So ein, zwei Versuche, dann vielleicht wieder weiter. Also es hat sich auf jeden Fall mehr als nur gelohnt. Es war richtig gut, aber es hat halt auch sehr gezehrt. Fürs Mindset ist es so ein bisschen schwierig. Muss man wissen, ob man das machen möchte. Es kann halt auch mal sein, dass nicht so viel dabei rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020